Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rappesupply. Willkommen in meinem wunderschönen Flugzeug. Und wir genießen einfach mal die wunderschöne Aussicht in dieser Beta-Map, die ja jetzt keine Beta-Map mehr ist, aber die in der Beta vertreten war. Der Sepp ist mit am Start. Hallöle. Hallo. Boah, ich kann das gar nicht so mit der Flugzeugsteuerung hier. Das ist echt... Was ist denn das? Ein Pferd. Okay, ich bin tot. Ich muss das mal umstellen, ey. Ich kann das nicht, wenn das so andersrum ist. Äh, Steuerung. Äh, stabile Szene. Vertikale Sichtspiegeln, vertikalen Flugspiegeln. Ein. Okay. Ich glaube, das finde ich besser. Äh, wo bist du denn? Äh, noch gar nicht gespawnt. Ich bin gerade die Waffe am Anpassen. Wie? Ja, ich wollte eigentlich mal einen anderen haben, aber da habe ich schon nicht genug Punkte für. Warte mal, was heißt denn das Rädchen da? Du kannst anpassen. Visier und so ein Kram. Aha. Flugabwehrvisier, wer will schon damit? Da brauche ich lieber gar keins drauf, oder? Weiß ich nicht. Machen wir mal drauf. So. Okay, B. Let's go. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ja, das ist cool. Das Visier ist cool. Okay, ja, alles klar. Wer heizt denn da? Mit Moped rum, ey. Geil! Hä, wo? Der heizt mit Moped rum. Ach, da hinten. Oh, der geil ist laut. Ich finde generell, die Map hier sieht so schön aus. Irgendwie. Ja. Voll geil. Mit der Sonne und allem. Ich finde es auch geil, wie das aussieht, wenn du in die Sonne guckst. Weißt du? Richtig hell. Alter, wo kommen denn die Schüsse hierher? So, direkt mal hier zehn, ne? Ja, ja, wir gehen wieder in unser Haus. Direkt mal in unser Haus. Mein Haus. Aber wir haben noch keine Glays, verdammt. Ja, stimmt. So, mal anklopfen. Hallo. Keiner zu Hause. Bin auch bei dir drin. Oh, okay. Ich hab die Tasche aufs Fensterbremmer gestellt. Oh, du bist ein Depp. Oh, Flieger. Gut. Da ist gerade ein Flieger über unser Haus gekracht. Alter. Wo bist denn du? Na da hinten. Boah, Alter, macht mal einer die Flugzeuge kaputt. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Ich hab übrigens gedrückt. Wo denn? Äh, ein Haus weiter rechts von mir. Weiter rechts? Oben drin. Happen, happen, happen. Hi, happen, uah. Granate klärt. Da hab ich doch gerade einen gesehen. Oder auch nicht. Was ist hier los? Einer ist bei dir oben am Haus. Hier ist noch einer. Im Haus, da kommt noch einer. Da ist er noch. Ist er tot? Ich hab einen hier. Keine Ahnung. Da war noch einer bei dir. Da. Nein, noch einer. Ich hab's doch gesagt. Dann kam aber nicht die Treppe hoch. Doch. Nee. Ich hab's doch genau gesehen. Happen, ich happen. Dann kann ich ja immer die... ...Affmine... ...und dann... ...hab ich den Prinzabwehr-Kranat? Nee, ich will die... ...haben die die, äh... ...haben die diese Claymore ausgenommen? Gibt's ja gar nicht mehr. Keine Ahnung. Was ist denn, wenn man V drückt? Da steht immer Justierung, aber... Da kannst du, glaube ich, schnell ein Scharfschätzung-Gewerf Null-Stellen oder so von der Höhe, ne? Was ist denn da jetzt? Frische Munition, hier! Keine Ahnung. So, was geht ab hier? Irgendwie kommt hier keiner. Aber egal. Ach, da bist du. Ich will dich mal angucken. Bleib mal stehen. Alter, geile Brille, Junge. Machst du denn da? Ah, er wird beschossen, oder? Ne. Da unten, da unten! Der ist im Haus. Der ist im Haus unten drin. Getroffen. 57. Der ist irgendwo da in das Haus rein. Da hinten ist er. Oh. Kappen. Ist schon down. Wow. Wow. Ihr knallt. Da hinten rennt ein Pferd. Okay, der Typ ist tot. Oh, ich höre Feuer. Ich habe doch gerade einen Flammenwerfer gehört, irgendwo. Aber der ist gesponnt auch bei F, glaube ich, oder? Der hier hört nix. Wow. Oh, hier hinten ist das Flugzeug abgestürzt. Ui. Hi, der Winska. Bei D ist der, glaube ich. Warte mal, hier rennt doch irgendwo. Ich höre auch da Feuer immer. Ja, ja, ich auch. Da. Da hinten. Ach, du Scheiße. Richtung D. What? Da. Cäsar? Wir sind doch bei Cäsar. Cäsar ist geklärt. Ach, das Flugzeug treffe ich nicht. Ich glaube hier vorne, Richtung E, die erste Häuserei ist fast. Ja, ja, ja. Da hinten. Sag mal hier MG und rein. Da kommt ein Auto. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Mach das Auto. Rechts läuft irgendeiner. Dahinter liegt einer, ne? Hinterm Auto. Ja. Wenn er nicht down ist. Keine Ahnung. Der andere geht gucken. Der hat sich das Auto geschnappt. Bei Cäsar ist aber noch einer. Der liegt immer noch am Auto. Oder? Da hat ihn. Okay. Ich glaube hier rechts im Haus ist da einer. Ne, der war tot. Okay, gut. Wir haben Einsatzziel David erobert. Jawoll. Da mögst du aber mal ein bisschen. Guck mal. Ja, da sieht man ja nicht viel. Da sieht man nicht viel. Okay. Du drehst du das Ding hier auf der Scheibe und dann hältst du dir die Ohren zu. Baf. Oh, ich hab einen von uns erwischt. Wir haben Einsatzziel David verloren. Oh, da liegt ein Sniper. Ach, war das doch mein Kill. Nein. Säckel da. Da ist ein Pferd. Ein Pferd. Unten, unten. Da hinten. Ich hab mir in den Arsch geschossen. War geil, Moni. Ey, wir haben drei, die haben vier, gell? Also, ne, wir haben noch nicht mal drei. Kamaloi. Wollen wir mal irgendwo hingehen, was holen? Moment, ich muss gerade den Panzer wegmörsern. Okay, Mörsern, den Panzer weg. Aber der fährt so schnell. Aber ich glaub, das ist voll sinnlos, wo wir hier rumstehen. Mist, der Mörser fehlt drei Meter Reichweite. Ich kann einen Stuhl geflogen. Oh, das Flugzeug, Alter. Ach, du Scheiße. Ich will Mörsern. Aha, jetzt. Komm, Panzer, komm. Ach, da ist einer. Komm, C. Yeah, Panzer beschädigt. Wuhu. C wird angegriffen, gell? Ich glaub, der Guy ist aber weg. Ne, der ist noch da, Alter. Der ist noch da. Hier komm ich. Oh, 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 was war das? Bist du weg, Philipp? Hier ist irgendwo ein Typ bei C. Ja, dein Haus ist gerade, ich hab verabschieden, wo wir drauf waren. Oh, okay. Gut, dass ich gerade runter da gegangen bin. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Komm auf zu E. Kommst du mit, wir gehen zu E. Bist du denn? Auf dem Weg zu E. Nee, auf das HZ. Nee, ich bin schon da. Uh. Komm, wir haben gleich E. Okay, nice. Wir haben E. Jetzt holen wir uns noch F. Scheißegal. Och, Mann, Panzer bleibt aber steht, ey. Nelsen, Bergrücken. Oh, wer schießt denn da? Hier ist doch irgendeiner. Yeah! Nächster Börserkill. Juhu! Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Lixer. Wir haben Einsatzziel Emil. Oh! Oh! C ist weg. Ups. Nein, eine Granate. Au, 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 au. Was war das denn? Ach du Scheiße, ey. Hier war ein richtiger, krasser Kampf. Hodenflash hat mich getötet. Wir sind voll am Losen, Alter. Wir müssen jetzt mal hier was reißen. C, C. Wir müssen C holen. Boah, fuck. Verzähl in unserem Häuschen. Boah. Das Börser geht ab. Haha. Geil. Da schreit irgendjemand. Bestierung durchschalten. Oh, das ist ein Panzer, Alter. Oh, oh. Ich mach schon mit dem. Hilf den Stuhl durch die Gegend. Die Stühle haben sie irgendwie hier in dem Spiel. Ja. Wir haben Albert verloren. Aber wir haben C wieder. Ausatzziel Gustav erobert. Geil, ich bin Private 4. Wo ist der Panzer? Da geht immer. Au, mich hat ein Pferd umgerannt. Ich lebe wieder. Oh, hier kommt ein schwerer Panzer. Lol, der Typ ist voll in den Abgrund gesprungen. Alter, hier ist so ein Typ voll in den Abgrund. Oh, lol. Was war das denn? Noch ein Scharfschütze. Hey, nee. Das war auf dem Pferd. Ey, der ist da voll in den Abgrund. Und dann kam der nicht mehr hoch. Das war crazy. Oh, ich brauche Hilfe. Du bist doch tot, oder? Nee. Was ist denn mit B? C geht ab. Was ist denn mit B? Wo ist denn B? Aber wir haben B. Da ist ein Sniper auf mir drauf. Der ist ekelhaft. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Bin am Arsch. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wir haben das Ziel erobert. Ist da jemand drin in dem Panzer? Oh ja, echt. Oh, ich treff den nicht. Ich treff ihn nicht. Ich hab grad geschossen. Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hab grad geschossen. Dann lassen wir uns zusammen. Von B zu C oder was? A. Von B zu A. Von B zu A. Okay, auf geht's. Eron. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Das Ziel ist gemein. Es geht an uns. Go, go, go. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Er wird hart geballert, hab ich das Gefühl. Ach, da rollt ein totes Pferd da hinten. Guck mal, da rollt er den Hügel runter. Was? Wo? Da ist ein totes Pferd den Hügel runtergekommen. Ich sieh's. Okay, mir nach. Warum tickt denn? Was tickt denn hier eigentlich so? Weil wir A einnehmen. Ach so. Aber wir haben doch A jetzt. Okay. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. B ist weg. Dann auf da hin. Oben über die Brücke? Ja, komm, komm, komm. Da rechts rum. Ich werd abgeschossen. Alter. Wie kann der mich von da treffen, ey? Siehst du da hinten das Gebäude? Dieses ganz große, ganz rechts. Da ist ein Sniper, das ist ein Sniper am Fenster. Der blinkt so. Das ist ein Flammwerfer. Nee, da ist ein Sniper drin. Der hat mich mit zwei Schüssen gekillt. Okay. Von der Entfernung. Wo sind die denn hier alle? Ah, B, okay. Unser Panzerzug ist unterwegs. Oh, Panzerzug. Alter, Alter. Ich kann mich nicht hinlegen. Keine gute Idee. Alter. Ich bin fast tot. Da oben ist noch einer. Kann ich durch den Baum schießen, leider. Komm, dicker Panzer. Da ist ein Sniper da hinten wieder. Ich hab ihn gekillt. Unser Panzerzug ist eingetroffen. Ich hab den Sniper gelegt. Wir verlieren schon wieder, ey. Ey, da kommt was Dickes, Alter. Los, CC. Hey, hier ist ein Panzer bei B, Alter. Komm mal hier hin. CC, ey. Kriegst du die Häuser hier. Erste Häuserreihe. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Das Ziel ist verloren. Alter, wie soll man den denn killen, den scheiß Panzer? Ja, sicher. Erobert das Ziel dort. Juhu, ich bin gerätzt. Nice. Ey, ich treff hier gar keinen. Los, CC, CC. Gas, Gas, Gas. Komm mal hier B, Alter. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Was ist ein Wachsoldat-Kit? Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Wow, f***, was war das? Ich werd abgeschossen. Hab ich ihn erwischt? Loll, wir haben C. Oh, A ist weg, B ist weg. Ach, du Scheiße. Ist er tot? Er ist tot. Der hat mich erwischt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ah, scheiß Panzer. Wüsste denn. Gut. Was ist mit D, was ist mit C? Nee, ist mit C geht runter. Oh, bei C ist ein Panzer, f***. Bei D ist ein Panzer. Ach, nee, hat mich nicht gesehen. Alter. Ich bin gleich tot. Ich hab nichts gegen Panzer. Doch, man darf es aber, ey. Oh, ich bin tot. Na, Panther sind krass stark, ey. Aber wir haben irgendwie nie einen. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Alter. Guck mal, die Wolken, ey. Das merkt man gar nicht, dass sie auf einmal da sind. Außer, dass das Licht anders ist. Was war das denn? Ach, da oben. Ich bin nur am sterben, ey. Ich bin hinter dir. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ey, jetzt werden wir aber überrannt, oder? Ich bin schon wieder alleine bei C. Ich bin bei dir. Ich seh nix. Wo sind wir hier? Wir sind bei C. Warum sieht man hier nix? Kommt schon wieder ein Panzer rechts von uns. Oh, nee. Ich muss gleich mal anpassen hier. Alter, ist hier eine Rauchgranate drin, oder was? Rauchgranate? Ich seh hier überhaupt nix. Toll, du bist nicht getroffen. Oh, oh, Tank, der Tank. Oh, der hat mich mit dem Haus weggehauen. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Der robbt da rum, ey. Scheiße. Wir haben Einsatzziel Russlaff erobert. Komm. Warum, C? Ja. Komm, wir haben Börser weg und... Worn bei mir. So tot? Bei der Granate. Worn bei mir. Dann passen. Granate... Hans-Abergranate. Okay, C haben wir. Also, zumindest mal abgeluchst. Okay, bin da. Wir gehen jetzt in Texas hin. Oh, raus hier. Raus, raus, raus. Ach, du Scheiße. Oh, wieder C? Jawohl. Da wird hart geschossen. Auf meine Art, Genossen. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Mach mal den Panzer da. Das ist raus, Kämpfer runter. Das ist raus, Kämpfer runter. Oh, mein Gott. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Ah, der hat mich abgemurkst. Oh, dummer Sack. Oh. C. Oh, selbst dieser blöde Panzer zu bringt nichts, ne? Der ist zu weit weg. Oh, fuck, fuck, fuck. Bist du tot? Oh. Phoenix. Was macht der? Phoenix. Fahr doch zu F rein. Oh. Fuck, fuck. Oh, ich bin schon wieder tot. Von hinten kommt einer. Alter, wie verhält der denn aus? Mit einer Lewis Gun. Oh, jetzt ist das Fahrzeug explodiert. Ah, ich war gerade sporn. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Friedrich. Was ist denn mit G? G ist gleich weg. Wieder weg zu C. Die machen... Was ist denn mit dem Baum? Nimmt der das nicht ein? Oh, das Panzer. Ah, der hat mich schon wieder gesehen. Oh, hau doch mal ab. Oh, der Typ auf dem Pferd. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Okay, jetzt hat er Gustav. Ich bin auf dem Zug, Alter. Da kann man ja drauf gehen. Wie kommt man da wieder raus? Jawoll, Junge, wie er aufräumt. Ich komme nicht mehr aus dem Zug raus. Ey, der Zug ist kaputt. Woll, ich habe gerade zehnmal Leiter geholt. Jetzt bin ich raus. Lol. Ist da. Oh, die haben ja A und B. Nix da. Wie so ein Krüppel. Wir haben aber F jetzt wieder. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ich treff den nicht. Oh, lol. Ich treff nur das Kackpferd. Oh, vor allem B oder was ist das? A oder B? B kommt es jetzt zu C. Hacke. Hacke. Wie bist du da? Bei F? Ich komme zu dir. Warte, ich komme rein. Hey, halt. Ei, 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 ei. Let's go. Auf geht's. Oh, oh. Er schreit. Oh. Keine gute Idee. Aua. Oh, Panzer. Oh, mich hat es erwischt. Mann. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Das war keine gute Idee, oder? Nee. C geht runter. Da wäre immerhin den Pferdeboy noch gekillt. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Einsatzziel Friedrich. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, fuck. Was geht? Bei C. Bin auf dem Weg. Bin da. Bin da, oder? Bin da, oder? Was, auf was denn? Boah, wo ist der Nebel jetzt hierher gekommen? Oh, schreit der. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. So, jetzt verstehe ich das mit der Justierung auch. Oh, da unten steht das. 75, 150 und keine Ahnung. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Oh, das gibt's doch. Der hat mich geschreckt. Wir haben Einsatzziel in der Verlust. Oh, zu dir. Ah. Hier schießen alle Leute, aber ich weiß nicht noch was. Oder ich bin blind. Da ist einer. Alter. Roll. Oh, da kommen Panzer und alles. Was voll der Murks mit der Justierung? Kann das sein? Hör doch da einen da unten. Wow. Die Sturmkröte hat mich. Bei C ist einiges los. Alter, das gibt's nicht, ey. Brach dem in den Header. Ach, der da hinten war das. Bei C ist einiges los, hast du gesagt. Ja, ja, ich schwul mir jetzt mit dem Panzer. Es ist Hälschluss. Okay. Warum kann ich nicht bei dir spawnen? Weil ich mit einem Eibernpanzer bin. Ach so. Ich bin bei C wieder. Ah, die Runde ist verloren. Wer ist das denn? Schneeber. Granate. Nein. Oh, die hat mich erwischt. Stiel-Hand-Granate. Richtig asozial. Ich sehe hier gar nichts mehr. Bei G ist ein Pferd. Das schnapp ich mir. Kavallerie. Ab geht's. Komm schon, mein Freund. Du, der, der ist von Runden mit dir. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Oh, bei mir kommt ein dicker Panzer. Ich bin auf dem Weg. Seh dich. Ich bin auf dem Weg. Er kriegt ja keinen Schaden. Wir verlieren. Bonanza. Pahl von Jabal. Ich komme zu B. Was geht denn da ab bei B? Ich kriege den Panzer nicht da unten. Alter, hier ist ein Panzer. Hier sind ja zwei Panzer. Ja. Ich bin einfach in den Tod geritten. Okay, das war's. Hier sind 120 Punkte vorne. Guck mal, jetzt haben die vier Sachen eingenommen. Ich gebe ihn hier ab. Oh. Panzer. Räuchergranate. Putz. Oh je, 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 je. Au, ich bin schon wieder tot. Wie oft bin ich denn schon gestorben? 16 Mal. Niederlande. Ei, 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 ei. Das war keine gute Runde. Pff. Spielbonus mal eins. Okay. Geil, Borderlands-Bild. So, Pemarillos. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Entweder Singleplayer oder Multiplayer. Je nachdem. Schaut einfach mal unten in der Beschreibung. Da hau ich dann beide Playlists rein. Also ich mach eine extra Playlist für den Multiplayer, die sich dann hinter dem Battlefield-Beta-Multiplayer anschließt. Und natürlich noch eine Singleplayer-Playlist, damit man da nicht durcheinander kommt. Okay. Also bis zur nächsten Folge. Stay BAM. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, schick den Kommentar. Denn das Zeit und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in deinem Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich habe Verbindungspro...